Hey Jimmies, was geht ab? Hier ist wieder Pettler mit einem neuen Indie-Game. Wir spielen heute Myth-Half-Frustration-Mission. Und diese Musik im Hintergrund macht mir schon so ein bisschen Angst. Ich, ist was passiert hier? Hä? Also wir spielen jetzt diesen Larry Boy Jimson in dieser ganz verkorksten Welt hier. Sieht so aus, als hätte ich sie gezeichnet. Hallo, sind wir Freunde? Anscheinend nicht. Stop killing me. Was war das gerade? Hä? Lol. Kids can't go here. Ich kann nicht totschlagen, oder? Ich verstehe nicht, worum es hier geht in diesem Spiel. Egal, wir gucken uns erstmal um. Wir sind jetzt in dieser Stadt gelandet. Junge, was ist das die ganze Zeit? Bring einfach eine Granate mit. Ich will einen Saufen hier, was ist? Ich stehe euch alle ab. Junge, tu mal einen Pilz. Du kannst. Ich kann dir keinen Dring verkaufen. Was ist doch? Hä? Alter, ich schlag die Zähne raus. Was ist das für ein krankes Spiel, Mann? Geht hier ab, Digga. Spielst du Klavier? Hi, I'm Mr. Piano Agent. Hallo, Motherfucker. Ja, und? Schön für dich. Ich gebe einen Fick auf dein Piano. Du kannst noch einen Pilz haben. Hier, einen Pilz. Einen Pilz. Bleiben Sie dran. Gleich geht's weiter. Hey, was geht? Was geht ab, Johnny? Warum gehst du mir hinterher, Alter? Na, komm mal mit. Du musst den Präsidenten töten? Ach, ich muss jetzt hier drüberspringen. Lol. Ja, was ist das denn? Hallo? Warum hat der eine Axt? Ich spalte deinen Kopf, Alter. Was ist das? Oh, das tut mir leid. Okay. Was sind wir jetzt hier? Ich hasse es, Leute. Ich hasse es. Ohne Witz erschrocken zu werden. Ich hoffe, dass jetzt nichts passiert. Wir sind auf jeden Fall im Nachtklo. Bitte erschreckt mich nicht, bitte. Denn ich bin eine richtige Angsthabe. Oh Gott. Warum sind wir jetzt ein Kaninchen? Wir sind ein Kaninchen. Ich bin ein Kaninchen. Okay, es geht weiter Ich glaub, wir sind eine Person Das wäre der Pianoma Good job, now you must run Fuck, die Ficker sind alle hinter mir her Weil ich den Präsidenten getötet hab I'm the captain of the ship Ja, komm, schnell, Digga, lass abhauen Shave my beard Ooh, bitch Was geht? Alles klar Ja, okay Ich bin plötzlich in Nordkorea gelandet Und jetzt stehe ich hier vorm Erschießungskommando Aber ich lauf weg Wer bist du denn? Hi No place for you Doch, doch, das ist der richtige Ort für mich Das ist ein fucking Schwanz, Alter Warum? Du magst den Schwanz für dich alleine warten? Okay, Digga, ich bin weg Ich geh mal runter ins Boot Wir haben ein riesen Boot Hallo Captain Captain Ich hab ja was gesehen draußen Captain Okay, ich brauche einen Schlüssel Wer hat den Captain umgebracht? Wer hat den Captain umgebracht? Oh ja Oh ja Oh ja Oh ja Oh ja Da ist er Okay Und jetzt? War das ein U-Boot oder was? Da bin ich schon wieder Ich kann nicht aufwenden zu schlachten Ich kann nicht aufwenden zu schlachten So, jetzt bist du dran Ich will mich erschießen Oh Mann, Alter Dieses Spiel, Mann Wie er die Kugel wegdroppt, ey Oh Mann Fick dein Leben So, jetzt hau ich den Baum des Lebens ab Ha, ha, ha Ich hab mir quasi selber den Zahn gezogen Ohne Witz Wie krass ist das denn? Ja, Leute Das war's vom Indie-Game-Miff-Haff Ja Leute Es war ein sehr, sehr krankes Spiel Aber ich hoffe, es hat euch gefallen Wenn ihr, lasst ein Like da Wir sehen uns die Tage wieder Haut rein Ciao Aufwenden